Ja, herzlich willkommen hier zum 17. Part von The Outlast, ja, mit eurem Daddy hier zu DLP-TV. Ja, werden wir heute mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Letztens haben wir hier die Sicherung gesucht, die wir auch gefunden haben. Ja, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein, aber gut. So, werden wir sehen, wo der Weg uns hinführt. Gut, ja, ich habe hier einen Schlüssel gefunden, der zu einer Tür passen wird. Bloß die Tür müssen wir bloß noch finden. Ja, das war nicht die Tür. Ja, mindestens war hier nichts mehr zu finden. Werden wir mal noch weiter schauen. Ja, hier haben wir auch nichts mehr. Die Tür ist auch zu. Ja, wo ist der Weg? Ins Freie. Hier ist auch zu. Ja, hier hoch. Müssen wir erstmal die richtige Tür finden. Nein! Nein! Ja, ich glaube, das ist hier richtig. So ist der Sieberbill gefährlich aus mit seinen Hackebeil. Ja, tu mir nichts. Und ich tu dir nichts. Alte Weisheit. Alte Weisheit. Äh, ja. Aber irgendwie macht er nichts. Aber ich vertraue hier keinem. Ja, ich denke, vielleicht noch was hier drauf haben. Nein. Ja, das war mir jetzt nicht geheuer. Ja, schauen wir gleich mal in den nächsten Raum hier. Irgendwo muss ja eine Tür zu den Schlüssel geben. Na? Das ist nicht gut. Äh! Fuck, 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 fuck. Ja. Jetzt ist guter Rat teuer. Irgendwo muss doch der Schlüssel passen. So, schauen wir gleich mal hier noch weiter. Ich glaube, hier ist es nicht richtig. Äh... Ja, hier ist eine Schlüssel nötig. Ja, den haben wir doch eigentlich gefunden. Ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja, ich mach nochmal zurück. Vielleicht haben wir ja was übersehen. Nein! Nein! Kommt nicht der her! Zumindest denke ich hier, dass wir auf der richtigen... auf den richtigen Weg sind. Ja, hier ist zu. Ja, unsere Batterien wären auch wieder weniger. Wo zum Teufel ist jetzt hier ein Hinweis? Hier ist nichts, hier ist auch nichts. Ja, schauen wir mal nochmal zu den anderen. Achso, das kommt an... Hör auf dem Weg! Nein! Ja, ich schätze mal, da hinten wird wohl der Weg lang gehen. Ja, blöde war. Werden wir es gleich ausnutzen. Ja, aber wohin? Wohin ist die Frage? Ja, unser Badrier ist auch bald wieder aufgebraucht. Tja, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ja, da ist unser Freund wieder. Und uns wird wohl gleich die Batterie ausgehen. Guck, guck. Nein! Nein, 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 nein. So. Ja, jetzt guter Rad teuer. Ja, hier hinten ging es nicht weiter. Hinten auch nicht. Es muss wieder einen Weg zurück geben. Ja, machen wir schnell, bevor uns die letzte Batterie hier aufgebraucht ist. Würde ich sagen. Aber runter wäre der okay Weg. Wir brauchen einen Schüssel, aber wo ist der Schüssel? Das auch nicht. Guck mal hier hoch. Nee. Tja, das ist jetzt nicht schlecht. Hier kommen wir auch nicht rein. Ja, meine Batterie ist jetzt fast alle. Also jetzt dahinter zu gehen, wäre reiner selbst gut. Aber was bleibt uns anders übrig? Tja, ich sehe genau so viel wie ihr. Nämlich gar nichts. Tja. It's a sleigh. Feuerarmt. Nein! 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 Ah! Fuck! Fuck! Moosterweg! Ja, laufen wir mal den Fußboden ab. Und was spielt der hier für eine Rolle? Ja, wie gesagt, ich sehe ja nicht viel. Das ist das Problem. Das ist gut auch gar teuer. Wer gibt da eine Tür? Ne, das war ein Kamin. So. Wo geht's jetzt hier lang? Wir laufen hier in den Dunkeln. Ohne Batterien. Hier ist irgendwo ein Seilmörder, den wir nicht sehen. Alles perfekt. Perfekt, doch kann's nicht laufen. Hm. Tja, wenn wir da vielleicht eine Batterie finden würden, das würde vielleicht uns schon weiterhelfen. Es war nicht so. Mit Sachen haben wir das? Nein! 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 Tja, ich sehe nicht. Nein! Ah! 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 Dumme Schwein! Ja. Ich kann jetzt bloß auf gut Glück hier! Na kann ich jetzt nicht machen. Pssssst! 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 Pssst. Nein! Ah! Nein! Nein! Ich komme nicht weg. So, meine Lieben. Ja, würde ich sagen. Beenden wir diesen Part 17 hier. Und begrüßen uns in den 18. Part wieder.